Am Freitag überquerten zum ersten Mal Lastwagen mit humanitärer Hilfe für den Gazastreifen die Grenze. Sie gelangten durch den neuen von den USA gebauten Hafen in die belagerte Enklave, nachdem Israel die Landübergänge eingeschränkt hatte. US-Militärbeamte erwarten, dass täglich bis zu 150 Hilfstransporte in den Gazastreifen gelangen, während Israel den Krieg in der Stadt Rafah gegen die Hamas fortsetzt. Die USA haben jedoch gewarnt, dass das Hafenprojekt die Lieferungen auf dem Landweg, die alle notwendigen Nahrungsmittel, Wasser und Treibstoff nach Gaza bringen könnten, nicht ersetzen kann. Der Erfolg der Hilfslieferungen wird durch Angriffe, logistische Hindernisse und den zunehmenden Treibstoffmangel für die Lastwagen, die die Hilfe transportieren, gefährdet. Dies liegt daran, dass Israel die Treibstofflieferungen in den Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober blockiert hat. Das Zentralkommando der US-Armee erklärte, dass keine amerikanischen Soldaten an dieser Operation teilgenommen hätten. Die US-Truppen hatten den Bau des Hafens am Donnerstag abgeschlossen und nur wenige Stunden später ordnete das Pentagon den Beginn der humanitären Hilfe in Koordination mit den Vereinten Nationen an. 2. 3. 4. 8. 15. Vielen Dank.